Ihr nächstes Rennen findet in Hockenheim statt. Die Strecke ist bekannt für ihre deutsche Tourenwagenveranstaltungen. Ja, Hockenheimring. Er ist dann in der Mitte. Er zeigt uns halt endlich an. Life is life. It's now or never. I gonna live forever. Los, endlich. So, dann kann es ja losgehen. Mit dem schönen Deadpool-Auto. 3, 2, 1, los, 4 Runden. Das kann man schaffen. 7, 9... 16, 11, 13, 14, 17. 15, 29. 16, 14, 15, 16, 16, 15, 17, 18, 19 ersten warme wunds auch nicht so oft das wort ist aber ansehen was ist los sind das ist ok leo und freke was die verdumbe namen haben die leute shirion boi mann for the man and the woman oh und und Oh-moe-moe-moe-moe-moe-moe-moe-moe. In China China, China, Probiertausche, Schaffer, Schaffer! Ob in Wien... Naja, jetzt bin ich wieder auf meiner Startposition 1,950, 748 Zwölfter Aber mir ist noch nicht kaputt 2 Sekunden, 90, 12 Spielella Elfter 7 Sekunden 60, ich soll schneller 1,950, 848 2,950, 848 1,550, 848 Zehnter. Neunter, Achter. 12 Sekunden 164, der schneller neue Runde ist 1 Minute 47, äh 584. Mal schauen ob wir in der dritten Runde auch da runter kommen. 1.40, langsamer. Der Pettel. Zip da 723 langsamer 6er, 5er Runde 4, 413 langsamer 996. 186 langsamer Mann los, ich will Ich komme einfach nicht ran Ne, ich muss glaube ich wiederholen 723 ist schneller Los, komm Fahr, 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 fahr doch einfach Nicht immer diesen scheiß Ahuren abbremsen Brauche ich nicht Los, los Natürlich, ne, weil automatisches Abbremsen da immer Das kann ich nur wiederholen 1,46, 664 System Einnahmen 4.000 CR Fahrhilfen 100 CR Verständlichkeitsgrad 400 CR erhalten 4.800 CR Gesamt 85.610 CR 12.600 AP Zunächst Stufe 8.800 AP Gesamt 273.100 AP 3.800 AP Zunächst Stufe 8.800 AP Gesamt 23.100 AP Nochmal neu starten Nochmal neu starten Ja, start doch einfach 3,2,1, los 12.400 AP 11.100 AP 12.100 AP 10. 10. Alter. Auch da. 7. Ah, jetzt, ist es wieder... Ein besserer Start. 7. Sechster. Fünfter. Fünfter. Formel 1 Hurenkinderauto 4. 3. tschüss Ahaha, müde Die erste Runde ist auch viel schneller als die letzte Runde Die letzte erste Runde war ja 1.50, das ist ja glaube ich 1.40 Ja, 1.40, 9.38 Runde 10 Sekunden schneller An beiden werde ich auch noch spielen 1.40 Erstmal geradeaus fahren, ne? Ja Oh, tschüss Ah, wieder dritter auch Aber jetzt 2 da jetzt, Mist geboren 3 Sekunden 2.89, schneller There was only one man left 4 Sekunden 9.40, schneller 4 Sekunden 9.40, schneller 1.45, schneller 5 Sekunden 1.40, schneller 1.30, Click 4cm. 2.NIE Runde 3 Platz 2 3 Sekunden 420 schneller 1 Minute 46 518 schneller als der vorherigen Runde Burn it down 2 Sekunden 194 langsamer 1 Sekunde 249 langsamer 1 Infinite 2 4 6 in der letzten Runde also was jetzt? hätte ich mir da hinten drücken dürfen, Mist jetzt bin ich viel langsamer ja 3 Sekunden 827 langsamer, bist du wahnsinnig? ja 180stel langsamer 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 Minuten 46, 518 war der Schmerz Einnahmen 8800 CR, verhilfen 880 CR, Schwierigkeitsgrad 880 CR erhalten 10.560 CR, gesamt 600.170 CR 3.800 AP zur nächsten Stufe erhalten 8.800 AP, gesamt 282.200 AP Affinitätstufe 3 gewonnen, 3.000 CR, 10.000 AP zur nächsten Stufe erhalten 8.800 AP, gesamt 32.000 AP Nach drei Rennen Alpen Stadtplatz, das war's für diese Folge, bis zur nächsten Folge, tschüss, bis dann